herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play vermintay 2 beta winds of magic und wir starten jetzt noch mal die zweite welle das zweite level keine ahnung je nachdem wie das hier so ist und schauen wir mal hier wieder gut das kenne ich schon dann wollen wir mal rocken diese roten teile sind relativ nervig hier immer ich hab das ja in der ersten folge schon mal gesagt aber wir sollten möglichst nicht in dieser roten teile bleiben weil dort verliert die energie so jetzt ist ein bisschen aufgeräumt genau nein du lässt den echsen in ruhe so Ziemlicher Müllhaufen, der hier liegt. Oh, ein Ungerohr. So um irgendwas? Nö. Gendon Slayer spiele ich schon ewig. Ich habe jetzt allerdings auch länger keinen Wilmitein 2 mehr gespielt. Als Zweitwaffe habe ich immer etwas Rüstungsdurchdringendes dabei. Wobei der Zwerg ja jetzt auch einen neuen Wurf extra hat. Diese konnte ich allerdings nicht als temporäre Waffe auswählen. In dieser Beta. Deswegen habe ich die zweite Waffe als Rüstungsdurchdringen gelassen. Oh, wir haben einen vierten Mitspieler. Eine Feuermagierin. Genau, komm her. Oho. Aua. Kommst du denn hier? Ja. Mhm. Ein Storbe. Ein Storbe. Aua. Wie skippst du mir den Kopf los? Das ist nicht so nett. Das ist nicht so nett. Einfach durch da. Ah, nicht so viel ins Rote. Ja, brauche ich nicht. Ah, schon tot. Na, kommst du denn hier? So. Okay, wir können jetzt zum Ziel wieder rennen. Hoffen wir mal, dass wir dort rankommen. Oh, nö. Einmal Strom. Ach, nö. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Oh, trank nehm, trank nehm, trank nehm. Oha. Oha. Tiermenschen mit Bögen. Oha. Tiermenschen mit Bögen. Oha. Oha, man. Wie schießen die Bögen immer auf mich? Ich weiß, blinderer. Scheiß blinderer. ja, Skarven sind irgendwie am leichtesten da war nix drin? Nö. Nix drin ja, wer fehlt hier? Dex-Negrer ok, jetzt gehts wieder zur Final Challenge, wenn ich das wieder richtig verstehe und dann schauen wir mal ich glaube hier war das mit der Chaosboot am Ende ja, aber nicht ganz sicher ja, was habe ich hier noch in Erinnerung oh klar, dass er es schafft grü jep immer auf den Oberwurst das werden sogar viele leider lässt meine AP gerade zu wünschen übrig ja 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 wir sind jetzt der nächste Januar ja jetzt der nächste Januar ja 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 Die können gar nicht so wenig ab, die Tiermenschen übrigens. Ein bisschen mehr ab, aber das sollte man auch erwarten. Die sind nicht in Sprech! Die sind nicht in Sprech! Die sind nicht in Sprech! Ah, nur sterbendlich Fett kassiert Gut, und damit haben wir das auch erledigt Schauen wir mal, wie viel Essenz wir kriegen Nur 50 Keine Ahnung, warum so wenig Vielleicht, weil wir das schon mal geschafft hatten Haben wir jetzt echt nur 50 Essenz bekommen? Jo Gut Dann bedanke ich mich hiermit auch für das Zuschauen Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge